Ihr lieben Zuschauer, ihr seid ja schon so viele da. Der Film ist 10 Sekunden da. Noch nicht mal. 100 Viewer schon. Jetzt sind es 10. Ich bin geschockt. Das ist der Hammer. 170 Leute schauen zu, steht bei Twitch. Boah, du bist auf der Twitch-Startseite. Ja. Ach stimmt, das sind nicht 170, das sind 170 Millionen. Boah, Millionen. Stell dir vor, dass ich bei dem Ausdruck Millionen meinen kleinen Finger an meinen Mund halte. Kennst du das? So wie hier. Eine Million Dollar. Wo seid denn ihr? Props oder Handes? Ich bin Prop. Ich bin Zuschauer. Dann gehe ich Prop. Was, ich will... Ja, macht mal mehr hier. Vote, bitte schön. Ja, was bist du denn? Ernsthaft, wie mache ich denn den scheiß Game Sound aus? Ich fack mich jetzt ab. Den Game Sound kann man kaum ausmachen. Ich habe das über den Mixer ausgegeben. Und Audio. Nee, ich meine, dass ich die labern höre. Voice. Achso. Enable Voice in game. Bist du hier die Mülltonne? Nee. Hey, was... Wo denn? Wer denn? Äh, Fabi. Achso, nein, nein. Ich bin doch noch gar nicht drin. Das Spiel... Ich bin doch mitten in der Runde reingekommen. Achso, also bist du doch nicht drin. Hier, komm doch zu den Props. Oder wie? Ich weiß nicht, was ich zum Bild habe. Ich habe... Was? Was denn jetzt? Ach, Teams. Ich bin gar nichts. Du bist unassigned. Du musst irgendwo... Ja, was muss ich denn drücken? Keine Ahnung. Ach, das haben wir doch schon mal gemacht. Hast du es neu installiert oder was? Ja, das hat sich eben gerade nochmal gedownloadet, ja. Oh, wie ging denn das wieder? Äh... Im? Irgendwo musst du ein Häkchen wegmachen. Ja. Irgendwo eine Option, ne? Ich weiß nicht mehr, wo das ging. Nee, das war eben nicht Option. Oh, es gibt nicht. Okay, ich muss... Äh, ja. Oh, ist das schnell ab. Scheiße. Oder join dem Server neu, vielleicht. Hier ist ein Baby auf dem Klo und das ist kein... Oh, nee, das ist... Was? Ich hab' ich mal 15 abgezogen gekriegt. So, was hab' ich für ein Problem. Bin ich denn? 29er Pino, ich ruckel hier irgendwie. Ach hier, was hat der Props, ne? Ja. Ich kann nur Hunter wählen. Nee, nee, wir sind Hunter. Ich bin gleich tot. Ich hab' auch noch 65. Ich bin tot. Aha. Oh, guck mal, hier ist ein Namensfetter von dir im gegnerischen Team. Falco. Und zwar Yolo-Bär. Yolo-Bär? Ja. Yolo. Kennst du den? Ist dein Bruder. Könnte sein... Ah, nee, du bist ja Papa. Dann wird's bestimmt dein Sohn sein. Ja, das ist doch grad langweilig. Schießen sich schon gegenseitig an. Was ist das eigentlich für ne nervtötende Musik, ey? Ja, die Musik führt zu so nem Typen, der sich versteckt. Was ist zu nem Typen, der sich versteckt? Ja, versteckt ist ein Typ, du musst sein. Da läuft, weil's in der Mitte. Nee, er ist nur weggeflogen, es liegt jetzt wieder hier. Der Tisch bewegt sich. Oh nein, der Tisch war's nicht. Ist das nur hier der Raum, oder was? Ich hab's in der Mitte gemacht, dass ich jetzt nicht weiß, wie nah ich dran bin. Hm. Da ist es fast auch nicht. Ja, was? Die Musik spielt da, wo sich einer versteckt, oder was? Also, die Musik wird lauter, je näher du an einem Typen bist, der sich als Mensch... als Gegenstand ausgibt. Aha. Dann ist er grade weggerannt. Hier, das muss hier einer von den Cutt-Ungts sein, in dem Treppenhaus. Was ist los mit dir? Nee, hä? Es bewegt sich. Och nein. Oh, falsch an. Scheiße, ich dachte, das ging's nicht. Ach da, die scheiß Flasche war's. Halt's mich. Nee, hä? Ach, das warst du? Du bist ein bisschen vertigend im Chat. Nette. Ganz nette. Oh, oh, oh. Äh, äh, okay, 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 weg, 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 weg. Weiß nicht, was ich machen soll. Ernsthaft toll. Was denn das für ne Scheiße? Ich versteh' ich mich. Ich bin ne Mülltonne. Voll geil. Und ich bin ne Flasche. Entschuldigung. Und ein Karton. Nee, ich bin kein Karton, ich bin ne Kiste. Noch noch einen live. Boah, ich hab 200 helf. Geh, geht's schon los? Oh ja. Was hast du, 200 helf? Ja. Was bist du? Ich hab 200 helf. Fuck. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck, 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 fuck. Haben die's nicht gemerkt? Alter, hab ich mich grad... Ach, du Scheiße. Das war ja mehr schlecht als recht. Ich seh grad im Stream, wie du mit der Mülltonne wegkommst. Ja, du musst mal gleich gucken, wie ich mich in der Versteck, ey. Das war so kacken schlecht eigentlich. Oh nein. Da kommt jemand. Oh! Ich hab mich voll weggeflext. Nein, nein! Ah, Mist. Weißt du, bist du hier so ne Kiste, oder was? Ich war... Nee, ich mein, Fabi. Ja. Weiß gar nicht, wo ist er denn? Huch. Boah, ey. Wer ist denn das? Wer ist denn diese Flasche hinter dem Getränkeautoman? Oder was das hier ist? Ja. Nee, hinter dem Schrank. Ey, das ist ja fies. Der Fabi ist hier die Kiste. Ich seh grad irgendwie gar nicht die Namen. Ach, jetzt. Jetzt hab ich's. Guck mal dem... ...dem... ...dem Tie-Dye zu. Der macht gar nichts. Das heißt, ich hab ein Problem. Ja, der ist diese Flasche hinter dem Schrank. Der hat mir nie gefunden. Beweg dich einfach ein bisschen, wenn dich einer anstoßt. Ja, nee, nee, nee. Ist doch schnell wieder abgehauen. Ja, jetzt bist du aber gut geschützt, wenn die andere Kiste noch da davor liegt. Ja, das Problem ist, ich seh halt so, weil wegen der beschissenen Kamera seh ich halt kaum, ob jemand in der Nähe ist. Jetzt... Ja, nee, läuft vorbei. Das heißt, wir sind jetzt zu einer Schnarchen. Na, die Kiste ist echt gut gefallen. Wie viele sind denn noch? Drei... ...seid ihr noch. Okay. Jawoll. Darth Vader. Ne, diese Vieren müssen noch sein. Ne, drei. Was siehst du das denn? Ich bin da einfach durchgegangen. Achso, jetzt auf den zu Suchenden? Ja Okay Diese Sounds, ey, das gibt es doch nicht Oh, Gott Voll nervig Ey, voll gut Oh, jetzt, ja Schade, es war aber nicht schlecht Der Kranacke, 361 Ja, der war gar nicht schlecht eben So, da waren es nur noch zwei Ja Die Kiste und die Flasche Eine Minute, 20 Oh, das ist schon öfter, Dicke Nur noch die Kiste und die Flasche Und Tie-Dye Tie-Dye steht ja richtig gut, ey Achso, hast du gerade bei mir geguckt, oder was? Extreme, ja Geht schon wieder los Gut, dass wir in einem Team sind Ja, was mache ich, wenn ich als Kiste fliegen muss? Ich habe ja im Grunde keine Chance Ähm, verwandel dich einfach in die Bank vor dir, oder so Ja, stimmt Oh, 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 oh Bewege dich Oh Wer? Oh Der hat sich gerade umgedreht, da hast du dich verwandelt Du stehst falsch rum irgendwie, glaube ich, aber beweg dich lieber nicht Wenn ich meine Maus bewegen kann 23 Sekunden noch 20 Ja, ich meine der Tie-Dye, den finden die nie das volles assige Versteck eigentlich Oh, ich muss noch überleben kommen Ja, also die Maus kann ich ganz normal bewegen, aber ich darf, ich mit den Pfeiltasten, wenn ich mich mit den Pfeiltasten bewege, sehen die, dass ich mich bewege Wenn ich mich mit der Maus, das sehen die Ja! Jo, wann das nach oben? Die sehen dich auch so Hä? Ja, du bewegst dich langsam, irgendwie Echt? Äh, nie Ah, gut, das war's jetzt, ey Teams have been swapped Oh, warum hab ich die schwarzen Blütscher? Ja, weil wir geswappt wurden, Mann Ey, scheiße, Spiel ist kaputt Schwarze Blütscher No, ey Ey, scheiße, Mann Ach, jetzt sehe ich es gerade im Stream, ich war ja zur Hilfe in der Kiste drin Ey, Katrin, mach Licht an? Oh, jetzt geh ich erstmal gucken, wo ich mich versteckt hab Oh, da ist ein Wohin Wo war denn dieser Tie-Dye? Ah, nee, der ist ja bei uns im Team, der wird da nicht nochmal sein Geht ja schlecht Alter, ich hab gerade das perfekte Versteck gefunden Ich geh ja in der nächsten Runde hier als Heizung An die Wand einfach Ey, du stehst aber nicht an der Wand dran Klar, stehst du da an der Wand Schade So nimm Gehst du ein bisschen davon weg? Scheiße Idee hatte ich nämlich das letzte Mal, wo wir an der Schule waren Oder was das da war Okay Oh, das war's schon Hä? Was? Ich hab nicht einen gesehen Toll Gar nicht Wie ging das denn? Okay, okay, äh, scheiße, ich weiß nicht, was ich nehmen soll Nein, ich bin ein... Ich will kein Stuhl sein Wo ist denn hier die Dose? Scheiße Ich will... Nein, ich komm da nicht durch Ich will doch nicht Nein, dann nehm ich ne Kiste Scheiße Dann bin ich halt ne Kiste Ich bin eine Tasse Eine Tasse Oh, das ist voll das Scheißversteck, was ich grad hab Das ist voll das Scheißversteck, was ich grad hab Das ist richtig scheiße Richtig scheiße Richtig scheiße Cranky tells Zwei Stück laufen erst gar nicht Doch, jetzt Oh, shit Oh, shit Oh, shit Ich wollt mich vorhin in der ersten Runde als so ne Leiter... Als diese Leiter da machen, die in der Mitte steht Das ging aber leider nicht Hätt ich aber cool gefunden Ich lebe noch, sehr schön Ich auch Sehr schön Was seid ihr? Ich bin ne Kiste Ich steh unten neben der Mülltonne Ich bin eine Kaffeetasse und bin hinter dem Kohleautomaten Oh, oh, oh Ich glaube, da bist du vorhin an mir vorbeigerannt Ich meine, da wär ne Kaffeetasse an mir vorbeigeschossen Das kann sein Oh, 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 ich habe Angst Bist du an so ne Müllärmer, der an so nem runden... Ja, genau An so nem Pfosten Siehst du nicht? Ja Okay, wo bist du denn? Vier Viewer, ey, was geht Ich bin hinter dir Bist du... Du bist hinter mir? Ja, beweg dich mal Ja... Nein, bist du bescheuert? Ich beweg mich schon mal nicht Ja, ganz kurz Nein! Wo denn hinter mir? An der Wand? Ja, so schräg hinter dir an der Wand, ja Hey, hinter was denn? Hinter dem, äh... Kohleautomaten Ach, da hinten Ach, da drüben Ja, okay Bei den... Bei den vier Holzkisten Bei den vier... Ne, ich guck in den Raum rein gerade Ja, okay Da ist grad einer an dir vorbeigelaufen Ja, ich hab ihn gesehen Okay Ich hab das Bild so ein bisschen... Ich hab so Grafikbox und, äh... Ach ja Kann ich so ein bisschen durch den Boden gehen Wallhack, ja Wallhack, genau Das ist wieder typisch, ey Selbst hier beim Versteckenspielen, scheiße Die Leute, die irgendwie In Wallhack für Prophunt Oder allgemein für Gary Smott für TTT und sowas Ja, man Das sind die ja wärmlichsten Leute Ja, hey Irgendwie hast du recht Also Das ist so erst erbärmlich sein, Mann Ja, ne, weil Weißt du, ich mein so bei CS oder so Hast du ja was dann wenigstens von Wegen Ranking und Keine Ahnung Preise, die gewinnst oder so Aber sonst hier jetzt Du hast hier nichts von Weißt du, weil... Das zählt halt alles überhaupt nichts Der ist ganz knapp an mir vorbeigelaufen Das find ich ja einfach so So, das sind halt dann wieder hier Aber geil Diese... Diese kleinen, äh... Na Ich muss es wieder nennen Call of Duty Kiddies Oh, ja, hinter mir Die kleinen Call of Duty Kiddies Die sich einfach... Die sich einfach... Keine Ahnung Da drauf einen runter holen Dass sie so geil sind Hier einen Warnex zu benutzen Ja, keinen Plan Nein Ne, das verstehe Ja, da war ich hier diesen vollschluss Ganz im Ernst ich stehe... Oh, 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 nein, 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 nein Das kommt von deinem blöden Rumiesabbeln. Was meinst du, das war einer von den Call of Duty Kiddies? Ja, genau. Scheiße. Alter, wenn das so weitergeht, dann hole ich mir meinen Aim-Bot. Den TTT, ne, in Pop Hunt. Das verbringt mir auch so viel, wenn ich mich verstecke. Ja. Ich hab hier, wenn ich dir grad zuguck, hab ich hier einen lustigen Glitch. Boah. Okay, ich kann dir nicht zugucken. Oh, die sind ja auf der Schliche. Ey, guck, da ist so... Warte mal, du bist hier so eine Kiste. Weiß, ich werd angeschossen. Ja, genau. Aber auch... Ach, dann habt ihr nebeneinander gesessen, ihr zwei. Echt? Ja, Mann. Ey, guck mal, der, der hier Bloodthirst, der findet dich jetzt, Falco. Der weiß aus irgendeinem Grund, dass du dahinter bist. Ja, guck mal, da fliegt da drin die Kaffeetasse. Also, vorher stand diese Kaffeetasse nicht in der Ecke. Der Typ bescheißt, Mann. Ohne Scheiß. Der bescheißt. Das ist doch nicht sein Ernst. Woher wusste der denn, dass du hinter dem Scheißautomaten bist? Ja, das ist nicht. Mann, das win, ne. Schade. So ein gutes Versteck, ja. Ey, haben wir das heute nur noch mit Schietern zu tun, sag mal? Ja. Ja. Anscheinend. Ah ja, guck mal, das ist, äh, Freitagabend. Da müssen die nicht um neun im Bett sein. Weißt du? Ja, ich find's halt schon ein bisschen hart. Mit dem... Die können halt nicht irgendwo feiern gehen, in ne Disco oder so. Und dann denken die halt, komm, fucken wir mal Leute mit nem, äh, Wallhack. In Garrys Mod ab. Bäm, ich hab einen erwischt. Oh, das war's schon. Hä, sind's nur zwei? Warum sind's nur zwei? Was ist mit den Teams grad los? Was dumm ist das denn? So, ich versuch mich mal Wanders zu verstecken, weil ich... Kann ich mich denn jetzt nicht als... Ach, jetzt bin ich so ein Scheiß, äh... Ich will kein Stuhl sein. Alter, ich will kein Stuhl sein. So, ich hab ein super Versteck. Was? Ich hab nur ein HP? Boah. Das ist böse. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Nein, nein, ich will kein Tisch sein. Nein! Oh nein, ich bin Tisch. Und ich bin ein Stuhl. Aber ich liege zwischen... Und ich steck fest. Ich kann... Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Echt jetzt? Toll. Wer ist denn der Stuhl hier? Ich... Rennt da so ein Stuhl und dann eh jetzt so eine Tonne? Die merken's nicht. Ich? Da rennt so ein... Oh, fuck. Leroy... Jenkins. Ich kann mich nicht bewegen. Ich steck fest. Ich bin der eine Tisch hier. Der komplett ohne Stühle steht. Oh, jetzt. Hör was, jetzt. Oh, jetzt. Hör was, jetzt. Hä, ne. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich einfach nicht bewegen. Wechsel doch zu dem Stuhl, der links von dir ist. Ich wär gern hier diese... so eine Essenstüte da. Ich kann aber nicht. Ah, jetzt! Bin ich so ne Tüte. Ich auch. Oh, hallo. Du bist direkt neben mir. Wo ist denn der Typ? Hinter dir. Ich will keinen. Okay. Ich bin ne Melone. Nein, ich bin ein Regal. Ich will kein Regal sein. Ich will ne Melone sein. Ach, da ist er. Jetzt bin ich ein Tisch. Nein, jetzt bin ich wieder ein Regal. Was? Jetzt bin ich wieder ein Tisch. Ich will ne Melone sein. Ich bin das Zweifel. Alter, bin ich halt echt ein Tisch jetzt. Mir scheißegal. Jetzt schießt er auf mich. Ich werde ein Regal. Ich bin tot. Alter, man. Vor dir. Das verlieren wir. Ich glaub, du bist der... Hier ist noch Frozen Beer. Wie hat der mich denn getroffen? Martin Timmel. Der steht wieder hinter dem Dings. Hier rennt ne Dose. Ach, der andere ist da oben. Alles klar. Ja, jetzt sind die Teams aber... ...wird er besser. Ja? Ausgeglichen. Ja, geht. Äh... Ja, es geht. 8 zu 5. Ist besser als 2 gegen den. Ah, fuck. Das ist aber halt auch irgendwie so genau dasselbe. Ich mein, guck dir mal das Versteck von dem Martin Timmel an. Das ist auch scheiße. Wo ist der denn? Ey, der ist hinter... hinter irgend so nem Getränkeautomaten. Ach so, ja. Na, so wie ich finde. Ja, das ist aber halt irgendwie auch scheiße. Weil da wirst du eh nicht gefunden. Ist doch geil. Hast du gesehen, dass du gefunden werden kannst? Ja, aber dann sitzt du dann 5 Minuten lang hinter dem Scheißding... ...und es passiert halt einfach gar nix. Ja, dann tappst du halt kurz raus... ...googlst ein bisschen was rum... Toll. ...und dann siehst du... Oh! Du hast gewonnen. Wahnsinn. Was mach ich zum Beispiel? Weiß ich... Ich mein... Ich kann... Ich bin halt in der Ecke. Und was soll ich dann machen? Hier der... Der... Kamik... Der ISK... Der flitzt wenigstens hier oben als durch die Gegend. Ja, die finden den anscheinend aber trotzdem nicht. Und wobei... Ja, bei denen macht's wenigstens Spaß zuzugucken. Laufen jetzt zwei Lieder gleichzeitig. Ernsthaft. Oh, Gamer. Oh, Gamer, ja. Die Gamer. Kennst du das Lied von Eure Mütter? Der Typ, der bei der Gamer die Titel eintippt? Nee. Nee. Alter, das muss ich dir mal schicken. Beste Lied überhaupt. Boah, das ist so lustig. Der Typ, der bei der Gamer die Titel eintippt, ist ein ganz großer Penner. Ja. So gut. Jetzt haben sie ja noch, äh... Das ist neu, jetzt verstecken. Nee, was machen wir jetzt? Ja, was machen wir jetzt? Wir runden. Ah, ich bin nämlich der Einzige mit Minus Eins. Ach Mensch, das kenn ich irgendwie. Passiert leider viel zu oft. Ich muss ja sagen, meine neue Tastatur hat mir noch nicht viel Erfolg gebracht. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Null. Tja. Selbst wenn du im Formel-1-Auto sitzt, bist du noch lang kein Rennfahrer, ne? Nee, es fällt mir nur so auf, dass seitdem ich die Tastatur habe, läuft es einfach wirklich nicht gut. Alter, hier ist irgendwo... Ist sie weggerannt, oder...? Scheiße. Hier diese eine... Scheiße. 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 Jetzt geht doch mal aus dem Weg. Dieses hier, das mit den Schränken verschieben, ist auch echt so'n Abfuck. Ansonsten, du kannst denn so'n Automaten... kannst nicht wirklich gucken, gell? Ja, ja, das meins ja. Der Winkel ist überhaupt nicht da. Ist'n der da hochgekommen? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Steh... Oh... Was auch nervt ist, du willst ja die ganzen Sachen immer verschieben. Und dann ruckelst du ja immer da durch die Gegend. Das ist so nervig. Wenn du die... Wenn du die... Weißt du, was das hier bräuchte? So dieses, ähm... Aus Half-Life 2, wie hießen die? Dieser komische... Spiel, mit dem du Sachen hochheben konntest. Ah, ja, ja. Ich weiß was. Weißt du? Das wäre super. Ey, hier gibt's ja ein Klo, ey. Hab's schon noch gar nicht gesehen. Hier ist echt ein Baby aufm Klo. Ja, das... Ich hab erst mal so ewig drauf geschossen, bis ich gemerkt hab, das ist tatsächlich wirklich so von der Map her. Ey, wie viele Sachen gibt's denn hier hinten noch? Da hab ich noch gar nicht nachgeguckt. Da kann man halt nicht dazu, weil man halt... Ja, weil die Runden schnell vorbei sind als Sonntag. Ich versteck mich gleich hier hinten, da guckt keine Sau nach. Doch, hier guckt einer nach gerade. Kann man hier durch die Düren? Nee. Oh. Hm. Den gibt's doch nicht, ey. Ich find niemanden. Wie viele sind's denn noch? Einer ist so... Ist... Ist nur noch einer. Ja, und der ist garantiert hier oben. Als... Dose. Den hab ich nämlich eben verfolgt. So das hier? Ah. Alles umschmeißen, Mann. Alles umschmeißen, was umschmeißen geht. Ja, ne Mülltonne. Jetzt werd ich hier sogar weggepackt, oder was? Ja, toll, ey. Jetzt werd ich noch richtig viel Leben verloren, nur weil ich den einen Stuhl umschießen wollte. Ja, ich bin so gut wie tot, weil ich einfach... Versuche. Warum? Ich ruckel mir hier einen ab, ey. Ganz im Ernst. Okay, das bringt so echt gar nix. Hm. Wann der hier irgendwo jetzt rum? Ah, hier! Direkt vor uns war der... War das eine Ding. Was war's denn? Ah, so ne Essensverpackung. Was nehmen wir denn mal? Ich will Zombie-Bunker. Nehm ich mal. Zombie-Bunker. Ja, mal gucken, was es ist. Jawohl. Hat geklappt. So, da bin ich mal gespannt. Ach ja. So. Was war mal? Hunter? Koch? Mir egal. Sag an. Prop. Hunter. 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 Ne. Hä, ich bin Prop. Jetzt hast du ja wieder toll hingekriegt. Das machst du nur mit Absicht. Nein, ich bin... Ich hab Prop ge... Alter, was ist das denn hier? Ich bin gar nicht so. Irgendwie hängt es bei mir gerade. Oh shit, ich muss fünf Sekunden... Alter, ich bin... Hä? Ich bin Hunter. Bei mir hängt es gerade. Ich kann irgendwie... Ne, ich sehe nichts mehr. Ach, der, weil der... Du bist doch auch Hunter. Alter. Oder? Ne, weil der Typ einfach sich nicht bewegt hat und ich irgendwie nicht den Spieler wechseln konnte. Sein Ernst jetzt? Ja, schieß doch auf den scheiß Tisch. Bist du doof oder was? Will der mich verarschen? Ja, der Tisch! Ja, schieß doch drauf! Ja! Ja! Ja, schieß doch mal drauf! Ach, das war's schon. So, jetzt bin ich aus Versehen im anderen Team gelandet. Alter, dein Ernst jetzt? Ach, das ist die Map, die kenn' ich sogar. Oh, kennst du die, ja? Äh... Let's Play. Ach so. Okay. Ding hier. Jawoll, ich bin ne Dose. Verdammt. Verdammt. Oh, hier geht's hoch. Jetzt kann ich die ganze Zeit nur die Wand angucken, damit Fabi nicht weiß, wo ich bin. Ups. Weißt du was, wie man, äh... Womit das gleich zu setzen ist, was du da machst? Warte, ich... Mit diesem kleinen Call of Duty, äh, Wallhack-Kiddy. Oh, das Buch ist falsch. He, das war aber nicht ich. Das war aber nicht ich. Das war ich. Scheiße. Oh, das war ich gar nicht. Ich hab nicht mitgeholfen. Alter, du warst auch ein Buch, ne? Ja, ich war in demselben Raum. Also wenn ich du werfe, würde ich jetzt nicht, äh, auf Falco gehen. Im Stream. Ja, ich versuch gerade ne... Geil, der Typ ist ein Raketenwerfer. Bist du denn gerade, Fabi? Ich bin in diesem Buschraum. Wechsel doch halt mal das Team, Mann. Bist du gerade auf so einem Elektroherd? Ich suche jetzt mal raus, wie man Team wechselt, ich hab keine Ahnung. Ja, ja, guck das mal. F2, F2, glaube ich. Ah, Tatsache. Ja, genau. Weiß ich kann nicht. Klar, Handels ist auch so eine Handelsplatz. Ja, dann warten wir mal ein bisschen. Was hattest du gesagt? Oh, hier geht's noch rum. Ah, da bist du tot. Wie, das ist der BG? Nein. Scheiße. Die kann doch ein LPG sein. Hier liegen welche rum. Hier liegt ein ganzes Haus von Arsenal rum. Cool. War hier oben noch gar nicht. So weit bin ich auch nicht gekommen. Tja. Da hab ich jetzt einen Kill und einen... Nee. Ich hab ein Assist gekriegt. Ach, doch, so weit war ich gar nicht weg. Ach, scheiße. Ich muss mal grad raustappen. Seh ich jetzt erst. Steht immer noch hier, äh, Stranded Deep. Im Stream. Oh lol, was ist denn das für'n Ding? Ach ja, ich bin hinter dir. Nee. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich hab so'n... so'n Zombie abgeschossen und bin dann selbst gestorben. Ach ja, ja. Dann liegst du hier genau vor meinen Füßen gerade. Ja? Dann liegst du gerade vor meinen Füßen. Kriegt der das jetzt wirklich auf die Reihe oder was? Ja, ja. Ach, ich raste aus. Scheiß Opera lockt mich jedes Mal aus. Ach, jetzt hat er's doch geändert. Geht's weiter? Nee. Ist ja nix passiert. Doch nix. Ach. Tja. Spannend. Ach so. Ach der steckt fest. Toll. Lebs noch, Fabi? Nein, nein. Ich hab so'n... ...Zombie abgeschossen. Und bin dann irgendwie explodiert. Das Ding. Ey, wie kann man denn ein 8er Ping haben? Fast Path. Was ist das denn? Der hat ein 8er Ping auch da. Aber... Woher weiß denn der jetzt, dass der hier ist? Der sucht doch. Der weiß das nicht. Ja, stimmt. Okay. War mir jetzt schon wieder so verdächtig, weil der so schnurstracks in die Ecke gelaufen ist. In irgendeiner Ecke musst du anfangen. Tür. Jetzt erstmal oben verstecken. Zehn Sekunden. Ding haben wir ja rollen. Pfff. Willst du gerne mal wie die 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 Soundzimmer machen? Mit irgendwelchen Befehlen im Chat. Ja? Ja. Mein Bild ist schwarz. Wie viele Zuschauer hast du denn gerade? Drei. 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 Cool. Seid gegrüßt. Erdlinge. Das bin... Ich. Du. Und Fabi. Ich guck mich zu. So. Das seid gegrüßt Erdlinge. Uh, es geht los. Okay, hier ist nix doppelt. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ah. Ich hab einfach nicht getroffen, ich Idiot. Also ich finde, ich bin ziemlich gut versteckt. Shit. Hm. Ach so, ich kann mal gucken, ob ich Team wechseln könnte. Ja. Was? Ihr seid... Ne, Props ist ja fast nix. Hm. Hm. Boah, was fackeln die hier so? Was? Was? Die Zombies kann man nicht schießen, oder was? Also ich hab auf einen geschossen und bin gestorben. Hattest du full life? Äh, ne, ich hatte 25% davon. Also mal ganz im Ernst. Hier ist ein Raum, ja, mit Waschbecken, Waschmaschinen, trocknen und Toiletten an den Wänden. Und den Duschen. Ja, da warst du drinnen. Ja, aber da sind... Also gehst du kacken, während ein anderer grad die Wäsche macht und der dritte geht duschen, oder was? Und du sitzt dann da. Oh, hier ist grad was an mir vorbei gerannt. Hier ist ne Dose gewesen. Wo ist denn hier? Wo es schießt. Ja, super. Oben. Ja, ich bin oben. Ich weiß nicht, jetzt hab ich ihn aus den Augen verloren. Ich stimme fürs Navi werden. Da ist er. Grillteller ist, äh, ein Viewer hier. Was hat er denn auf dem Teller? Grillteller? Hallo, Grillteller. Mh, Grillteller, leh. Hier ist ne Grill. Habe ich sie jetzt totgetreten, oder wat? Ein Steak, ja, wär schon nice. Vielleicht kann der gute Herr... Oh Gott, ich hab echt die Grill getötet. Das tut mir jetzt aber echt leid. Sorry. Der Name Grillteller ist auch ne... Ist, ist... Ist immerhin besser als der Müll-Sammler. Das stimmt wohl. Stimmt wohl. Stimmt wohl. Oh, die Zombies... Oder was weiß ich, dass das hier ist. Aaaah. War ziemlich heftige Geräusche, machen die Viecher. Habt ihr die Dose jetzt gekillt hier, die hier rum? Keine Ahnung. Ich hab sie aus den Augen verloren. Da war sie weg. Du bist aber drüten, oder? Ne, ich bin oben. Bist du jetzt gerade hochgegangen, oder? Ne. Grillteller hat den Chat geschrieben. Gut, ich bin so gut wie tot. Hallo, Grillteller. Oh, ich hab nur noch 10 HP. Das gibt's doch nicht! Triff diese Ver approximate. Jetzt haben wir ihn. Sorry, jetzt hab ich da im Chat den Namen Grillteller stehen. Und hätt jetzt echt bock auf so'n schönes Steak mit Kräuterbutter. Ich hatte vorhin ein Steak. Uoohüüäää. Ein Rumpelsteak! Ein Rumpelsteak. Ich hab hier Letzt... Ich geh' a harta- roku-Stalk .. Ich bin so'n Zombie. Echt? Echt? Das will ich jetzt sehen. Wo denn? Achso, du bist jetzt... Oh, okay, gut, ich weiß, wie du bist. Hä? Ich kann dir... Hä? Ach, müssen wir uns verstecken? Oh, fuck. Ich stehe hier als... Nein! Ich hab's nicht gerafft. Ich hab's nicht gerafft. Okay, okay, okay. So, jetzt. Noch ein bisschen. So, jetzt. Perfekt. So, ich bin jetzt in Zorn. Ich hab's nicht gerafft. Was ich eigentlich sagen wollte, ich hab... Wir waren hier letzt, äh, Familienessen, Geburtstag von meiner Oma. Und da hab ich ein Flanksteak gegessen. Das war voll scheiße. Ich weiß nicht, also es war irgendwie... Das ist ein Steak von der Flanke vom Rind halt. Also so... Flanke ist ja neben so Hüfte. Das war voll scheiße. Was ist denn? Woher willst du hin? You died? Ernsthaft? Alter, du Pisser hast doch wieder im Stream geguckt, ey. Ich könnte kotzen. Bist du grad... Die, der... Der Eimer hier ist? ...Groontopf gewesen, ja, man. Ich hab den... Ich hab den eigentlich... Das war doch gar nicht im Stream. Das kommt jetzt erst. So, stimmt. Was aber Glück gehabt. Ah, hier ist der zweite Zombie. Das war voll das gute Versteck, ey. Achso. Er ist echt ein Zombie. Weiße. Oh, Mann. Oh, ich hab dich gekriegt. Geil! Geil! Boah, hier. Warte mal hier. Unreal Tournament. M-M-M-Monster Kill. Killing Spree. E-Roy Jenkins. Ja, also Flankensteak oder Flanksteak kann ich euch echt nicht empfehlen. Ich kann nicht... Ich kann... Ich kann nicht mal erklären, warum. Es hat einfach scheiße geschmeckt. Wirklich. Ich weiß nicht, warum. Aber ich esse echt gerne Fleisch. Aber das war irgendwie merkwürdiges Fleisch. Wie war's denn gebraten? Also, ich wollte Medium und die haben's schon mal nicht Medium hingekriegt. Gut, dann... Ja, gut. Nee, aber es hat irgendwie komisch geschmeckt. Ich weiß nicht. Was ist Fleisch? Ey, ich hab keine Ahnung. Ja, vielleicht war's einfach auch durch. Kein Plan. Was hast du da bezahlt für? Das ist teurer als normales... Uuuuh. Uuuuh. Alter, hast ne Frage. Weiß ich nicht mehr. Ich glaub... Ja, was hast du ja für dein Menü bezahlt? Ja, mein Opa hat bezahlt. Scherzkeks war Familienfeier. Wenn ich da bezahlt hätte, hätt ich nur einen auf den Deckel gekriegt. Aber du hast doch bestimmt aus der Karte gewählt. Ja, ja, aber ich weiß ja nunmehr, was das kostet. Ich glaub ungefähr genauso wie ein Rumsteak. Hier, Grillteller kann die Frage bestimmt beantworten. Der scheint ja... ...Profi zu sein. Grillteller, was kostet ein Flanksteak? Warum sehe ich denn keine Normen? Keine Ahnung, drück mal Leertaste. Ein paar Mal. Aha. Jop. Kanacke361. Was ein Name? Okay, wunderbar. Du bist Sparta. Keine Ahnung. Wo bist du denn? Ich bin oben da. An der Treppe. Ich bin auch an der Treppe. Achte. Ich glaub, Grillteller ist eingeschlafen oder... Er weiß. Oh doch, er schreibt. Kann mir mal jemand sagen, wie normal der Kilo-Preis bei US-Flanksteak ist? Keine Ahnung, ich wusste eben nicht, dass es sowas gibt. Achso, das hat er anscheinend grad gegoogelt. Ja, ne? Der Grillteller ist schlau. Man muss nicht wissen, wo es steht. Äh, nee, nee. Man muss nicht alles wissen. Man muss nur wissen, wo es steht. Ja. 14 Euro ist Kilo. Kalt, Fabi. Kalt, kalt, kalt. Darf ich aber mehr bezahlt dann? Kalt, kalt. Kalt, 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 kalt verkacken und ich weiß was ich will ja sag mal ich noch wechseln okay schnell nein ich will das nicht was du bist du denn ich hab hier drauf auf scheiß ich wollte irgendwie was lustiges darstellen aber es hat nicht geklappt was bist du denn? ja blöd weißt du ne ne passt schon Fabi? fuck Fabi? ja? was bist du denn? äh kann ich nicht verraten schade weiß ich kann mich nicht bewegen weiß ich hab ein Problem ich bin so offensichtlich ok gut komm ich mach das beste raus Pflangsteam auch Pavett oder Dünnung genannt ist ein sehr populärer sehr populärer Steak Cut in den USA wow jetzt hau der hier die Infos raus der Krilltele ja ich mein was ein sehr populärer Steak hat also ganz im Ernst ich weiß nicht wie man es essen kann ich fand es echt scheiße ich mein ich hab's gegessen auch nicht ein Problem ja ich äh kenn da ja nix ich esse ja alles aber das war irgendwie nochmal bestell ich mir das nächste Mal nicht du hast ein Problem Fabi ja ich bin tot achso ich dachte grad ich wär vielleicht in deiner Nähe gewesen ja ich war ein Getränkeautomat und ich war so offensichtlich jawohl ich hab ihn gekriegt die scheiß Dose jawohl wuss achso ist vorbei achso ist das schon vorbei? ich hab den letzten gekillt ach das sind ja auch nur zwei wechselt mal das Team jetzt bin ich im Blumentopf aber ohne Blume drinnen wie behindert ja ja das fand ich auch scheiße du musst den Blumentopf einfach kaputt mal und dich drunter stellen oh scheiße ich brauche irgendwie scheiße oh das ist jetzt richtig dumm Franke ich hab voll das scheiß versteck was Franke? ne äh Hessen war ja Hessen sind wir und Thüringen oder? achso achso ob wir Frank Frank Franken sind also ein Frankenländchen Trunken äh nein Hessen Hessen und Thüringen Ese und Thüringen ah schuldig ah guck mal hey was ach der Karnacke ist einfach mal aufgehauen ey grad als ich ihn killen wollte also wenn ich sterbe wechsel ich das Team ähm wo kommt der Kripteller her? ne das ist ne gute Frage frage ihn ja war ja hab ich doch gerade gefragt oder? würde er bestimmt gleich schreiben sobald er die Frage hört tippe mal NAW NOL was was NRW tippst du okay ne ich sag äh Hamburg 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 ne der hätte er sich ja Hamburger genannt und anstatt Grill Bayern scheiße Bayern aber verkackt dann hätte er sich Mars nennen müssen das ist ne gute Mischung was? als Bayern Sachsen wohnt in Sachsen Nordsypo da haben wir einen von drüben quasi von drüben Alter was war das denn eben? Spanien wohnt aber in Sachsen okay jetzt können wir weiterreden was macht er in Sachsen? arbeiten studieren ich sag studieren negativ negativ äh suchen die überhaupt? die besten die ja ja stimmt die besten Dialekte vereint sagt er ja das ist geil wie konntest du dich da überhaupt verständigen dafür stehe dich doch keine Sau mit Beilig ach die Scheiße ich hab äh wie hab ich das gemacht? ja das frage ich mich allerdings auch was hast du denn gemacht? was warst du überhaupt? ne Dose ich hab einfach ich hab Rechtsklick gemacht mit der MP7 und auf einmal ist alles explodiert ja und in dem Moment lahm ich doch um die scheiß Ecke oh man super krass super geil ich stehe hier und mich hat immer noch keiner gesehen was bist du denn? ach da bist du ja sag das doch leck mich so jetzt muss ich erstmal einen Weg finden das ist da das ist da bei den okay mach du mal ach siehste Grillteller studiert in Sachsen siehste ich bin gut ich kenn mich aus tja Fabi leck mich ich bin weg da bist du nie fuck weil da war noch einer ja man das war aber nicht ich voll gut oh man ich bin der Einzige der lebt echt jetzt du bist der Einzige der sucht ja ja ich mein von warum bist du denn hin wow wow leg mich ich bin direkt an dir vorbeigelaufen der hat dich nicht gesehen wind Scheiße das war knapp Ja Krillteller, du darfst dreimal raten was ich mach, ich bin aus demselben Grund noch wach. Popswin? Ach scheiße, da war noch ein anderer, ich hab mich voll gefreut. Du Nub. Scheiße. Du schießt schon wie wild drum rum und du blickst ja auch. Den Krieg hast du gewonnen, ne die Schlacht hast du gewonnen, den Krieg hast du verloren. Scheiße, das war so knapp, ich bin so schön vor dir weggerannt. Ich hätte nicht weiter rennen dürfen, ich hätte mir echt ganz schnell irgendwo einen Platz suchen müssen. Okay. So. Hier ist alles normal. Alter, hier räumt gerade einer ab. Hier fehlt ein Blumentopf. Kann dir überhaupt etwas fehlen? Ich dachte, die Sachen werden einfach verdoppelt. Jaja. Aber es ist trotzdem merkwürdig, wenn etwas fehlt. Finde ich. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ahnung. Oh. Oh. Shit. Ich hätte schwören können, dass es ... auch war schon rum so schade wie hat man nicht nicht in den was wahrscheinlich rausgezockt hat ja das stimmt natürlich ja ich bin noch nicht versteckt ich bin noch nicht versteckt fuck ich weiß kein versteck oh hier ist ja ein Hunter oh shit scheiße vier Sekunden vier Sekunden nicht das Regal doch nicht das Regal nimm doch nicht das Regal ich will doch nicht Regal sein ja alter ganz im Ernst was war das für eine verkackte Runde ja weil der macht ja einfach ich wollte nicht das Regal sein so eine scheiß Tüte da drin verdammt was ist denn der hier was bist du denn Schuh oder was so wie sieht es hat die Teams dann wieder ausgeglichen oh hier der ist gut oh jetzt bist nur noch du noch einer ne aber es ist schön dass Fabi gerade gesagt hast dass ich einen Stuhl hä? der finde ich eh nicht was? was? der hat wieder aus dem Spiel getappt nein ey der sucht ja ich hab gesagt schön dass du gerade Fabi gesagt hast dass ich einen Stuhl der kann im Stream sogar sehen wo du stehst wenn er aufpasst ich cheat der ich bin gerade für einen am verfolgen die Tasse der verarscht dich ja noch mehr als ich das ist die verkackte Tasse vorher wusste ich ja jetzt nicht so genau dass ich da bin der verarscht hier gerade zwei auf einmal ist zu gut ist er? oh ich treff den aber auch nicht ne? ne das gibt's ja nicht ist ja saugeil alter hat der ein Glück aber der versteckt sich auch nicht einfach ja ja der ist wieder runter ist einer direkt hinter ihm ey gar nicht blöd alter echt jetzt? oh merkt der das nicht? ach ne der hat ihn erwischt oh versteckt guten Morgen was? guten Mittag was? wer bist du denn? ich bin bestimmt sehr gut versteckt wo bist du denn? hier ja das würdest du jetzt mal gern wissen ne? ja das verrate ich jetzt aber nicht bist du ein Spielfeld der aber ey echt manometer soll ich auch einen Skiman machen? ja bitte bist du oben oder unten? in der Mitte ernsthaft ja nee nicht du hier der andere ich lebe noch ich glaube das ist die letzte Runde ja zehn Stück hier hier das ist die hier 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 Genau Whatcha gonna do, whatcha gonna do, when they come for you? Boah was war'n das? Haut mich hier so'n Bett um Ah, mich juckt's am Rücken So Hmm Bist jetzt echt schade, oh man ey So mal gucken ob ich noch lebe, ja, ich lebe dran Bist du oben oder unten? Ah, ich bin oben Ich würd gerne hier Hab ich einen mitgenommen? Nein, fuck Das war'n Versuch wert Hmm Oh, wir hatten hier aufgeräumt Wo bist du denn? Ich Ich hab' mich in die Luft gesprengt Ach du Scheiße Aber ich lebe immer noch Da, was mit dem Revolver Ja der ist bis hierher geflogen Echt? Schade Ich guck'n bisschen mit Hinter dir und so Und bei den anderen auch Ist da so passiert Ich hab' echt'n gutes Versteck Ja wo denn? Ich hab' echt'n gutes Versteck Wo bist du denn? Wo bist du denn? Mir kannst du ja sagen, ich bin jetzt eh tot Ja Der Stream ist 30 Sekunden verzögert Boah, da braucht er tot Wie ist man so schön mit der Zeit hier Wo warst du denn jetzt? Bist du tot? Ja Ja, du bist tot Ach Scheiße Guck'n, ich hab' minus 2 Yay Okay, was nimm'n wir jetzt? Äh, äh Was haben wir noch nicht? Das 2 Was ist das 2? Ja, okay Wo ist denn? Wo sind das 2? Gibt's gar nicht Hast du nur gesagt Oh man Hast mir hier voll die Hoffnung gemacht Ich nehm' jetzt mal Crash aus Ich nehm' jetzt mal Crash aus Ah, es ist zu spät Wir waren zu langsam Naja Jetzt gehen wir bitte mal in die richtigen Teams Also was gehen wir? Gehen wir direkt als Hunter Hunter, okay Na gut Gehen wir halt als Hunter 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 Ich bin Hunter, also jetzt könnt ihr sagen was ihr wollt Ich bin Hunter Ich Nicht Ich kann nicht Hunter Ich kann nur Props Jetzt bin ich Hunter Einfach weiter drücken Ich bin Props Kannst du mich verarschen oder was? Das hat grad Jetzt bin ich Hunter Ja Jetzt Keine Sorge Ich komme Ah, ich bin Angst Was ist denn das jetzt hier für ne Map überhaupt? Hey, ich bin doch gar nicht im Spiel Hast du auch grauen Bildschirm? Ne, ich hab grad gar nichts, ich bin nicht im Spiel, seid nur zu zweit Ne, bei mir sind nur Ne, du bist... Ach ja, Tonne Ja, ich spiele nicht Aber ich spiele nicht Was ist das? Das ist ja auch so ein Minecraft-Lunch Ne, Krillteller musst dir Gary's Mod holen Ne, das ist hier, äh, das ist Dingens, das ist, äh... Dingens Zelda, man Das ist Zelda Ja, das ist Zelda Zelda in 3D Ja Boah, ich hab Zelda damals auf was? Kenn ich auch die Map Aber die kenn ich von TTT Ja, von TTT kenn ich das eher Geh mal in die Mitte Geh mal in die Mitte Von der Karte Ja, geh mal da runter Nee, warte mal, ich glaub Nee, das gibt's ja nicht Nee, das ist eine andere Map Doch Oder? Nee, stimmt... Nee Nee, da hinten rechts gibt's auch das, wo man hoch kann Aber hier in der Mitte gibt's jetzt nicht mehr das, wo man den Nebel anmachen kann Ja, das gibt's halt nur bei TTT Das wär aber hier auch lustig TTT müssten wir auch mal in der großen Gruppe spielen Ja, das wär auch lustig Ja, da hat Leute... mindestens sechs Leute sollte man da haben Aber... jetzt mal ganz blöd gefragt, als was kann man sich hier verstecken? Bomben... Briefkästen Echt jetzt? Ist das so ein Buch? Stimmt! Gehäut ne Bombe? Ja, okay Das ist kein Gegner Da hinten in der Ecke, links Ah, ich hab's schon gesehen Äh Schieß mal drauf Oh Okay, mit der Reaktion hab ich jetzt... Aber gut, es ist ne Bombe, ne? Macht Sinn Hm Aber hat mir jetzt auch nicht der Beziehung Ey, kann jetzt hier... Jeder von den Scheiß-Töpfen kann jetzt hier ein Gegner sein Na, geil Der Wöhn Der Wöhn Guck mal, guck mal Rechts, da, rechts Neben dir, hinter dir Hinter dir Das rote Hinter dir Das ja? Hinter dir Das rote da Ne Schade Okay Ja, dann, äh... Grillteller, mach's gut Gute Nacht Gute Nacht Stimmt, ich bin grad auch ein bisschen am Schlafen Haha Ach ja, sag mal Das dauert ja ewig Oh, hier, du hast wieder nen Namensvetter, ne? Dein Teamkollege heißt grad Candy Bear Oh, bei dem rennt was So'n Herz Er ist da hinten an der Ecke, ne? Ah, ja Ah, wir haben gewonnen Sehr gut Oh, wahnsinnig dritt ruhig, wir haben gewonnen Ach, jetzt verstecken wir uns Das trifft sich ja gut Kann ich gleich wieder raustappen Haha Boah Alter, da ist ein Teleport, Mann In der Mitte In der Mitte, das ist ein Teleport Ey, ich muss da nochmal hin In der Mitte ist ein Teleport Ja, da ist ein Teleport Wo diese Baumstämme sind Ja, super, da bin ich jetzt oben auf dem Dach gelandet Ja, ist doch geil, da find ich keine Sau Ja, aber da kannst du dich nicht versteckern In irgendwas Nö, wenn du dich vorher als was versteckst So wie ich Ja Kannst du jetzt hier oben chillen Und dich findet keiner Du musst aber erstmal was finden, in was du dich versteckern kannst Ja, ich hab so ein Herz genommen auf die Schnelle Ich bin tot Oh oh, ich werde gejagt, ich bin tot Ich bin tot Ich sehe sie, die zwei Ja Ja Und läuft was? Und? Ich glaube, ich stehe hier ganz gut Ja Das denkst du Es wird so schnell, äh Würde mich keiner finden Jetzt teleportiert sich gleich einer zu mir hoch Ich sehe es schon Ja, ja, oh Boah, ist einer am ausrasten, ey Und den Hä? Den Da würde ich keine Sau finden Ja, natürlich nicht, weil ich hier hoch teleportiert wurde Ich weiß nur nicht, was passiert, wenn ich da jetzt draufgehe Ob ich dann wieder in der Mitte lande, oder ob ich dann woanders hinkomme Nee, da wo du eingestiegen bist Ja? Mhm Okay, wenn ich die beiden gleich irgendwo sehe Okay, da ist einer, der ist nicht in der Mitte Ja? Ja, äh Kannst du noch ein bisschen warten Ich will aber mal gucken, was passiert Ich bin neugierig Das ist ja auch irgendwie so langweilig, ich will ein bisschen rumlaufen Das ist lustiger Ja, der läuft rum Der läuft halt rum Oder ist der eine schon tot? Ah ne, da oben ist einer Kann ich jetzt mal gucken Ah, ja, okay In der Mitte kommt noch raus Woah Woah, der sieht mich Woah Ich bin gestorben, weil ich runtergefallen bin Gravity killed lost Sehr gut Ganz großes Kino Ja Entschuldigung Mensch, danke Oh Mann ey Oh Mann ey Ja Es tut mir unendlich leid Ja, da kannst du dich entschuldigen, wie du willst Das bringt alles nichts Sei doch nicht immer so gemein zu mir Ich guck mir jetzt erstmal im Stream an, wie du gestorben bist Das ist Mobbing Oh Gott Oh ja Das ist sogar Cyber Mobbing Cyber 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 Mobbing Bei mir ist der Stream übrigens hängen geblieben Merke ich gerade Bei mir nicht Ich müsste mal neu laden Bei mir geht er Och, jetzt geht er schlafen Gute Nacht, Grillteller Bis zum nächsten Stream Gute Nacht Lass mal ein Abo da Kollege Sag ich ganz unverschämt wie er Ich glaube er hat sogar schon Wahnsinn Genau Hier Unter Studenten Ich bin jetzt wieder oben auf dem Dach Ich guck jetzt mal Ob ich irgendwo was rennen sehe Oh oh Hä? Hey, cool Wenn ihr einen Rechtsklick mit der Shotgun macht Dann schießt es gleich zwei äh Dinger gleichzeitig Guten Morgen Tatsache Kann man uns ja auch in so ne Bombe ver- Ja, ne Kann ich schon Oh, da rollt ein Herz Wo denn? Äh Oh, da rollt ne Bombe Wo denn? Oh, da rollt ne Bombe Hier auf der Map Ja, ich lege aus dem Herz Ja Da hinten läuft's Gut, aber was willst du dich sonst verstecken als an so- Aus dem Herz, ne? Äh, wo ist es hin? Boah, ich wär beinah ins Wasser gehüpft Hast du das Herz auch gesehen? Nö Ich seh keine Herzen Da rennts! Wo ist denn da? Da ich eigentlich Ach da, ich sehs ja Da 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 Ja, ich sehs, ich sehs, ich sehs Alter, liegt einer rechts? Ich geh links Hier rollt nur ne Bombe Hier hinten Wieder zurück Und? Bäm, ich hab's Nee, du Ja, ich hab's Kill Dieb, ey Hat mir echt Leid Heuchel doch nicht hier mit Leid, Mann Du Lügner Du Lügner Pfff, geil Ja, wenn zwei Bomben nebeneinander liegen und du eine anzündest Dann gibt's ne Double Explosion Wo ist denn das Scheiße? Explosion 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 Der ist echt gut versteckt Der ist echt gut versteckt Hier das Herz, 100 Pro, ne? Nee, shit Alter, gibts da auch so ne schwarze Tür, da kannst du reinkommen Oh, ich hab'n! Du warst denn, krass Was war's? Ne Bombe Was soll ne Bombe, ja? Ne Bombe Ne Bombe Ne Bombe Sau Ja, Bombe ist das ja Absolut Bombe Hm Ich bin raus Ich bin auch ne Bombe Wir haben schon gewonnen, ne? Hä? Ja, die sind alle gelieft Achso, super Rage Quit Super Wahnsinn Was sollen wir denn jetzt suchen? Ja, das hat das Spiel Okay, komm Jetzt will ich wissen, was passiert Pass auf, das Spiel startet und wir haben gewonnen Wetten? Ja, guck Wir befinden uns in einer unendlichen Schleife Pass auf Doch Ne Ach, jetzt wurdest du geswappt Ja, viel Spaß Beim Suchen Oh Scheiße Hab ich gemacht Weiß ich eigentlich, nein Bin ich alleine da drüber? Du darfst jetzt alleine suchen Einen Sekunden hab ich noch, schaff ich's? Ja, ansonsten hör mal einfach gleich auf Mein Gott Und das ist auch blöd Oder wir führen halt neue Regeln ein Oh fuck, oh fuck Fuck Oh fuck Scheiße Was? Wurdest du getötet? Nein Oh nein Oh Mann Boah war das Hängt's auch noch an mir, ey Aber es war War echt cool von dir Scheiße Ich bin zu dem Portal und bin auf dem Haus gesprungen Und auf einmal stehe ich jetzt eigentlich Wurdest du? 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 Wo ist er? Also sowas weißt du, wenn wir noch so drei Leute hätten, dann würde das eigentlich gar nicht so schlecht funktionieren. Ja, dass selbe mit TTT, dann würde ich einen Server erstellen, Mann. Ja, aber zu dritt ist es halt langweilig. Aber eine Runde danach müssen wir noch spielen. Ich möchte dann auch mal vor euch verstecken. Achso, das meinst du, ja, okay. Ich stehe auch nicht still, also ich bin fair. Ich laufe hier gerade rum, ich suche dich sogar, ehrlich gesagt. Uh, da ist er. Nein! One shot! Ich habe auch nur eine HP, wenn ich so ein Herz bin. Ich habe vorhin hundertmal auf so ein Herz geschossen. Okay, gib dir Mühe. Okay, ich würde sagen, wir müssen eine neue Regel einführen. Und zwar, wenn nur noch eine Minute ist, muss man laufen. Ja, okay. Oh, das klingt nach einer guten Regel. Oder? So, okay. Ich würde es eigentlich sogar noch ein bisschen früher machen. Zwei Minuten? Ja, weil das geht, die Runde geht ja ewig. Okay, zwei Minuten. Wenn zwei Minuten sind, muss man laufen. Okay, man darf für so ein paar Sekunden stehen bleiben, wenn halt jetzt gerade jemand an einem vorbeiläuft oder so, aber sonst muss man laufen. Oh, ich weiß, wo ich als erstes hin gehe. Ne, okay. Schade. Okay, ich habe eine Idee, wo der... Oh, toll, jetzt bin ich runtergepfen und habe Schaden gekriegt. Der ist hier lang gelaufen, weil hier sind so ein paar... ...Dings umgeschmissen. ...Töpfe, also ist der hier schon mal lang gerammt. Ein kleiner Sherlock Holmes. Ja, ja. Hast du dich mit dem Falschen angelegt. Ja. Schon schon. Hm. Harte Nuss. Diese scheiß Bomben, die hier von alleine schon rumrollen. Lauf mir doch nicht hinterher. Was seid ihr denn? Ich sehe euch gar nicht. Wir müssen uns aufteilen, Fabi. Ja gut, aber wenn wir ihn sehen zusammen, haben wir die bessere Chance, ihn zu treffen. Ja, aber wir müssen ihn trotzdem erstmal finden. Hat er sich vielleicht unter Wasser versteckt? Äh, das wäre... Geht das überhaupt? Was ist denn das hier? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ach toll, hier wird mir gar nicht gebeamt. Blase lukt. Hm. Ihr müsst eine Schwarzschule suchen. Du hast noch 24 Sekunden. Und dann? Musst du loslaufen. Ja, ich laufe schon die ganze Zeit hier rum. Aber ich sehe euch gerade nicht. Hier kommt man ja nach oben. Sehr geil. Hast du noch sehen? Das war relativ klar. Nein, ich hab einfach nur... Das sah mir so suspekt aus. Ach, da ist der Fabi. Au. Scheiße. Was ist denn? Äh, wah. Scheiße. Was denn? Wir sind ins Portal reingegangen. Ach, da hinten. Wer ist das von euch beiden? Wo ist der? Das gibt's auch nicht. Scheiße. Scheiße. Ich würde mich interessieren, von wem du gerade sprichst. Gar nicht. Ich weiß ja auch nicht, wer das ist. Also ihr seid ja beide relativ nahe. Aneinander. Was? Was? Hä? Du weißt Sachen, die wir nicht mal wissen. Ja doch, der eine war eben links, äh, rechts vor dem Haus an der Haushecke und der andere war etwas weiter links. Müsstet ihr jetzt ziemlich mittig in der Map sein, richtig? Ja. Alter, das gibt's doch nicht. Ich hab' gedacht, die Bombe rollt nicht, äh. Schade. Bist du tot? Ich nein. Ja, aber wir haben nur 20 Sekunden, das wird nix mehr. Hast du dich denn versteckt, Alter? Hast du mich gesehen? Guck, guck. Guck doch mal nach links, äh, nach rechts. Rechts. Ja, ja, fast. Hä? Alter. Ich bin über dir. Wer schießt denn da auf die, auf die Krüge? Wo denn? Ich bin über ihm. Hä, wo warst du denn? Hä? Ich raff's nicht. Warte, ich... In der nächsten Runde zurück. Und was warst du? Ich war ein... Äh, so ein Sohn Rubin. Ah, okay. Ah, okay. Ja. Ja gut, das ist natürlich... Ich hab' den Lisa 4 und die Smartwakte gesehen. So, versuch dein Glück. Ja. Bin sehr gut versteckt. Ich würde gerne meine Position ändern, ich weiß noch nicht, wo er gerade ist. Ah, da hinten... Ne. Doch nicht. Hm. Ach, ich lauf rum. Ist mir jetzt egal. Ey, du bist voll schnell. Oh oh. Oh fuck. Jetzt hab ich ein super Versteck. Okay, vielleicht bin ich noch gerade so weggekommen. Oh. Oh, Fabi ist eine Bombe. Ja, da bist du falsch. Fabi, beweg dich mal. Wieso? Weil ich sehen will, ob du da noch bist, wo ich denke. Ja, okay, ich hab dich gesehen, ja. Ja, ja. Der ist ganz weit weg. Ja, ich bin sowas ähnliches. Siehst du mich? Guck mal nach links oben. Oben. Ach, da. Oh, oha. Da hinten ist er. Gerade hab ich ihn gesehen. Ich weiß nur gar nicht, wie ich hier wieder runterkomme. Ganz schön. Ich sterb womöglich, wenn ich runterhüpfe. Oh, wir haben einen neuen Viewer. After King. Hallo. After King. Geht hier voll ab. Zwei Minuten noch so. Hä, was seid ihr denn? Ach, guck mal, da ist er noch da. Ja, ja. Er hat mich fast gesehen. Es ist ja glühend heiß bei dir. Oh, ja, jetzt. Okay, ich muss versuchen. Oh, ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Nein. Verdammt, ich wollt grad um die Ecke und wieder rein. Wir stellen uns halt einfach zu dumm an. Ganz einfach. Weißt du, was dein Problem war? Hä? Du hättest ruhig bleiben müssen. Aber ich hab dich nur gesehen, als ich unten schon um die Ecke gekommen bin, weil du dich bewegt hattest. Ja, ja. Das wär ja auch langweilig. Ich wollte... Ich hätte mir auch hinter diesen Pfosten... Diesen Kistendingern oder was das denn... Hätt ich auch sitzen bleiben können. Das hättest du womöglich gar nicht gemerkt. Vor allem, weil ich gesagt hab, vor allem jetzt wird's knapp. Fabi... Ach, scheiße, ich muss ja rumlaufen, gell? Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, jetzt schon. Nee, ich war die ganze Zeit am Rumlaufen. Ja, nee, ich hab schon gedacht, ich muss mir ein neues Versteck suchen. Schon okay, schon okay. Ich bin wieder am Rumlaufen. Aber ich weiß, wo du bist, deswegen weiß ich, in welche Richtung ich gehen muss. Ich hab ein bisschen Schiss, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig bin. Hm. Ich seh ihn aber jetzt grad auch nicht bei dir. Ja, deswegen bin ich grad ein bisschen... Weiße, ich erschüsse. Dann kann ich ja mal grad ausnahmsweise raus-tabben und mal den Stream bei mir neu starten. Mit der Hoffnung, dass er dann wieder geht. Der Stream geht doch, bei mir geht er. Nee, bei mir ist er doch hängen geblieben. Achso. Der ist ja bei mir wieder hängen geblieben. 14 Sekunden. Nee, jetzt geht's wieder. Das gewinnen wir. Oh nein! Oh, renn weg! Nein! Das gibt's doch nicht. Der nimmt uns voll auseinander. Tschüss. Scheiße. Ich glaub, ich kick den gleich mal vom Teamspeak. Der hat Bitches zu uns gesagt. Aber jetzt sind wir die Hunter. Ist glaub ich die letzte Runde, gell? Zehnte Runde. Scheiße, ich musste natürlich so blöd sein, ey. Wir spielen halt auch viel netter, wir bewegen uns viel mehr. Ach ja, das ist natürlich klar. Ist klar. So. Du machst dich hier zum Herzchen und bleibst irgendwo in der Ecke stehen. Hallo? Ich war ein Runde und ich stand nicht in der Ecke, nur rum. Ja, ja, ja. Das sagen sie alle. Ich hab euch ja schließlich immer gesehen. Ja, ja. Ja, halt von deiner Ecke aus, ne? Lüg doch einfach nicht. Gib's doch einfach zu. Versucht mich zwei Minuten zu suchen und dann, ähm, geb ich euch noch ne Minute Zeit und in der letzten Minute zeig ich euch, wo, wo mein Hauptversteck war. Ja, ja, ja. Labe nicht. Labe? Labe einfach nicht. Ja, wir machen dich jetzt ein. Okay, ich verhäte mein Versteck für mich. Lass mich schon. Wir machen dich, äh, fertig jetzt. Ja, ja. Ihr macht mich fertig, bestimmt. Also, rollen die, äh, die Bomben rollen nicht von selbst los, oder? Ja, ich hab da ein paar jetzt angerempelt. Ja, na doch. Hast du auch diesen... Siehst du uns denn auch jetzt, hä? Warte. Lass mal wieder reintappen, oder was? Ne, ihr seid, äh, in der anderen Ecke. Aha. Da hinten bin ich nicht. Ah! Was war das denn hier gerade eben? Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Alter, da ist er. Da, ja, Mann, genau. Das hab ich mich auch gerade gefragt. Du Hund, ey. Alter, was ist das für ne Scheiße? Hä? Ist ein geiles vom Steck da drin. Was? Da chillt er die ganze Zeit dumm rum, ey. Das gibt's ja nicht. Du Cheater, ey. Okay, was nehmen wir denn? Ja, ich mach jetzt Schluss. Little Garden. Wie, du machst jetzt Schluss? Hallo? Ich geh jetzt ein bisschen schlafen. Was soll ich das jetzt? Das gibt's nicht. Ausgerechnet in der letzten Runde sieht man das, ey. Nee, nee, reicht. Schon zwei Uhr. Okay, jetzt will ich mir wenigstens noch die Karte angucken. Jo. One, äh, hier. One on one, ne? Mein Freund. Ich mach's platt, ey. Ja, klar. Ich mach's platt. Ey, weißt du? Ey. Ich mach's platt, ey. Sowas von, ey. Ja, klar. Ja, Mann. Ja, na klar. Ich kenn halt nur die Map nicht. Das wird jetzt interessant. Okay, denkst du dich? Bestimmt. Kennst du die? Ha, ich bin Props. Ach du Scheiße. Oh Gott. Die ist anscheinend klein. Die ist klein. Jetzt bin ich doch Hunter. Oh. Ja. Jetzt gleich geht die Runde los. Und ich hab gewonnen. Siehst du? 1-0 für mich, du Loser. Alles klar. Alter, oh Gott. Hier gibt's so viel Kleinschiss. Ach du Scheiße. Hey, warum kann ich das? Ah, doch. Ja. Dann, versuch dein Glück. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ja. Naja, ich mach mich mal ab ins Bett. Euch noch viel Spaß. Passt rein. Ich werd Spaß haben. Falco nicht. Okay, gut. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, das geht schon richtig los. Also ich würd's ja gerne machen, aber ich... Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Hallo, hallo. Kannst du mich hingeben? Hä? Nein, hab ich ausgemacht. Ich mach mal jetzt. Ich bin weg, ne? Tschö, tschö. Tschö. Kann man hier nicht hinschicken? Ich kann gar nichts. Ich seh dich nicht mal. Bist du in irgendeinem Haus? Äh, ich bin... Es sieht aus wie jeder Keller. Und da steht, äh, das ist ja wie so eine, äh, wie so eine Furt. Also da ist Wasser. Wie so ein Kanal. So ein halber. Oh. Okay. Also kannst ruhig herkommen, ich schieß auch nicht auf dich. Ja, ja, sagst du jetzt nur so. Du erzählst mir irgendwas. Ich hab die Crowbauer nach hinten. Irgendein Märchen. Ja, ich hab die Crowbauer. Oh, ich hör dich aber schlagen. Ja. Ich weiß nur nicht, wo ich hin muss. Also ich seh jetzt... Ja, zwei Eingänge hier rein. Einen links, einen rechts. Ich muss mich mal irgendwas... Mich in irgendwas verwandeln, was man erleben hat. Wenn's gehen würde. Und das scheint hier ein Boot noch zu sein, hier unten. Nein! Ich kann mich nicht mehr bewegen. Jetzt... Jetzt... Jetzt wieder... Ah, da ist eine Leiter. Ah, okay. Ganz unнаuffällig. Das ist schon mal eine Pflanze, die Leiter runtergehen sehen. Nein. Ich hör dich. Ja, ich seh dich sogar. Da, 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 da. Ich kann hier nix machen, ich komme hier nicht weg. Tja, Loser. Loser. Loser, Loser! Tschüssi, ich gewinne! Hab ich dich überhaupt getroffen denn? Dimm, 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 dimm. Okay, was gibt's denn hier noch so? Oh, das ist aber wenig HP. Das ist aber lasch. Wenn ich jetzt gleich die Leiter runter bin und bin tot. Ach, hier! Ah, guck an, guck an! Props Wind, siehste, so läuft's. Committed suicide. Hab ich schon die erste Runde gewonnen, Loser. Pass auf, die Map ist buggy, jetzt steck ich genauso fest. Oh, wir haben wieder einen Zuschauer. Hallo! Hallo! Der wird von der unbändigen Action hier schwer begeistert sein. Da wir nur noch zu zweit sind. Ja. Oh, das geht, gut. Viel Spaß beim Suchen. Bin ich ja mal gespannt. Ja, tu das. Ich steck dich fest. Schimpf mich. Ich steck dich. Ich steck dich. Du hörst mich. Jetzt höre ich dich nicht mehr. Ich bin auch gerade stehen geblieben. Jetzt höre ich dich. Ich steck fest. Hallo, ernsthaft, jetzt geh nochmal weg. Alter, was ist denn das? Oh, da fliegt was. Ja, ich runter. Toll. Not? Ach, da hinten läuft. Ich sehe dich. Alter, läufst du durch die Gegend? Nö, aber ich bin so, dass du mich siehst. Also ich bin noch relativ offen. Ja, du sagst das so leicht, wenn du wüsstest, in was man sich hier alles verwandeln kann. Das ist wohl wahr. Aber ich bin auch nicht ganz deiner Augenhöhe. Das ist ja toll. Ich hätte mal probieren müssen, so ein Auto zu werden. Ich glaube nicht, dass es geht. Bist du eh so eine scheiß Pylone. Nö, ich bin kein Verkehrsleitsystem. Dann bist du irgendeine scheiß Pflanze oder Kübel hier, wo es Millionen von gibt. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Ich stehe aus gepressten Pflanzenfasern. What? 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 Ein Karton. Okay. Und ich bin schon wieder runtergefallen. Ja, ich sehe dich wieder. Uh, da gehen wir die Treppe hoch, genau. Ja. Weiß denn ich, wo hier Kartons sind, ey. Ganz im Ernst. Au, jetzt bin ich runtergefallen. Plopp. Weißt du, wo ich gesessen habe? Wo über dich? Da ist doch dieser, ähm, weißt du... Ditto oder was? Nee, du hast doch diese Lüftungsanlage da gesehen. Ja. Da davor auf dem Sims. Okay. Da kann ich dich die ganze Zeit beobachten, wie du unten rumgelaufen bist. Okay. Wow, ich habe nur noch 20 Sekunden. Wow, wow, wow. Wow, nein, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Fuck, ey. Och, Mann. Ist das ärgerlich. Ja, ist es auch. Ich wäre gern dürfen... Nee, nicht im Ernst. Okay, komm. Das ist so geil. Hey, ich steck fest. Oh, jetzt. Oh, wo bin ich denn hier? Ach du meinige, bitte. Fall nicht runter. Kick it like Beckett. Was ist das hier? Du das? Hä? Ich habe gefragt... Oh, das geht mich runter, das Ding hier. Ja, ich will nicht umbringen. Oh, du bist anscheinend hier lang gelaufen, ne? Geh mal beiseite, ja. Findest mich eh nie. Aus was bestehst du denn? Oh, aus ganz vielen verschiedenen Sachen. Aus ganz vielen verschiedenen Sachen. Ich würde sagen, aus irgendeiner Form von Stoff und Holz und Metall. Koffer? Ne. Okay. Eventuell. Räum doch nicht die ganzen Sachen da ab. Aber du siehst mich, das ist schon mal gut. Ich würde sagen, wir sollten als Regel machen, dass wir im Garten bleiben und nicht noch den Untergrund da mitmachen. Weißt du, oh, wir haben noch einen Mitspieler. Scheiße, die Regeln sind wieder für'n Arsch. Ich weiß gar nicht, musst du den jetzt noch suchen? Ne, ne? Unglaublich. Machst du das? Was? Ist hier so'n Ding auf mich gekickt? Nö. Ich seh' dich aber. So dumm, was ich geworden bin, echt. Nein. Solltest nie jemandem glauben! Ich kann nicht weg! Ich kann mich nicht mehr verwandeln, doch, jetzt. Jetzt bist du so ne scheiß Pylone hier. Nein, ich doch nicht. Machst du auch echt denselben Fehler zweimal, gell? Hahaha. 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 Oh, jetzt muss ich nachladen. Jetzt bist du in das Loch runtergesprungen, das ist fies. Wieso ist doch nicht fies? Ja, mich sagte, wir bleiben im Garten. Oh. Also viel mehr hast du das gesagt. Stell dich doch nicht so an. Ich bin doch direkt hinter dir. Hä? Ich war die Pylone links neben dir. Hahaha. Und was bist du jetzt so? Ja, meinst du, das verrate ich dir? Hahaha. Ich bin einfach zu gut für dich. Hahaha. Oh nein. Ich steck vor allem fest. Hahaha. Verdammt. Nee. Ich komm nicht mehr hier weg, ey. Kacke. Hier hinten so ne scheiß Pylone. Ich komm hier nicht mehr weg, ey. Egal in was ich mich verwandeln. Scheiße. Das ist doch kacke. Also jetzt tut's mir echt leid, ich steck fest. Wo bist du denn sonst? Nö. Ist aber echt lustig, wie ich dich dran gekriegt hab. Hahaha. Oh, ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei. Habe ich dich jetzt frei gegeben, ja? Nee. Ich weiß auch nicht, warum ich auf einmal frei war. Oh, oh, oh. Bleib stehen. Bleib stehen. Oh nein. Hahaha. Du Fluppe, hier bin ich. Hahaha. Ja, das war so geil, wie du direkt neben mir stehst, ey. Als ich diese Pylone war, Mann. Das war geil. Das war geil. Hahaha. Das bist'n jetzt so gereizt, Mann. Nur weil du halt schlecht bist. Oh, jetzt sind wir da alleine. Ich war nie unten. Ich war die ganze Zeit im Garten. Ich hab mich an die Regeln gehalten. Ja, ich bin im Garten. Gut. Ich hab noch sieben Sekunden, dann geht's los. Und ich hab mich viel bewegt. Huch. Oh, ich bin unten. Toll. Muss ich erstmal hochkommen. Plopp. Ich glaub, du warst hier. Hm. Hm. Alter, was hast'n du hier alles umgeräumt, ey. War nichts umgeräumt. Hä? Ich habe gar nichts umgeräumt. Klar, hier liegt so ein Sonnenschirm umgeschmissen. Nein, war ich nicht. Klar warst du das. Nein. Falls du mich findest, erschiesst es mich nicht gleich. Warum? Wie soll ich mich sonst finden? Weil ich gerade nicht einsatzbereit bin Warum? Weil ich gerade nicht einsatzbereit bin Ok hier oben warst du schon mal nett sonst werden hier viel mehr Sachen runter gefallen Gibt's womöglich hier so nen scheiß Stuhl oder so? Ich räum mir jetzt mal auf Genau, räum mal auf Ja hier sieht's aus wie Sau, ey Wirklich Hm Du bist bestimmt irgendwo hinten in der Ecke drin Aber du hast nur noch 36 Sekunden, wa? Dann darfst du laufen Hm? Ich hab deinen Namen gesehen Bist du wieder einsatzbereit? Ne, noch nicht Jetzt muss ich's ja gleich Ich hab kurzzeitig deinen Namen gesehen Ich hab überlegt einfach mal drauf zu schießen Und beim drauf zielen ist dein Name aufgetaucht Okay, was verstecke ich mich jetzt mal? Okay, was verstecke ich mich jetzt mal? Oh, da bist du Ich bin bereit Ich bin bereit Bist du bereit? Nein Bist du Bist 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zu schön. Zu schön. Okay. Okay. Are you ready? Yes. Da ist er. Welche Richtung? Hä, zieh doch nix. Da hinten bin ich nicht. Jajaja. Jajaja, sagen sie alle. Jetzt glaubst du, wie ich dich eben die ganze Zeit angelogen hab. Ich habe Benzin im Blut. Nein, nicht wirklich. Ich wollte schon sagen, ein Auto habe ich eben versucht, das ging aber nicht. Aber die Straße ist mein Zuhause. Das ist so eine von den verkackten kleinen Pylonen. Wie schon einmal erwähnt, ich werde kein Verkehrsleitsystem sein. Du bist aber eh nicht hier auf der Straße. Du laberst nur. Was du laberst. Klar. Du bist bestimmt wieder irgendwas ganz kleines. Ja, ich bin schon relativ klein, aber ich habe eine durchschlagende Wurken. Da rennt er. Echt, so ein scheiß Stein kann er sein? Alter, ich treff nicht. Noob noob. Fuck, wo ist er hin? Ich seh dich nicht mehr. Entweder habe ich es mir gerade eingebildet oder ich habe dich gesehen. Scheiße. Wer weiß, wo ich bin. Vielleicht gehöre ich mittlerweile der Flora und Fauna an. Schöne! Hahaha Aaaaaaah Aaaaaaah Eheheh Das war mir jetzt egal, ich habe gedacht, wenn ich ihn nochmal sehe, schieße ich mit dem Ding. Oh man, das ist jetzt gerade scheiße, ich muss nämlich erstmal hier aus dem Kellerloch raus. Das kostet Zeit, das kostet Zeit, das kostet Zeit. Ja, nimm doch mal das, möchte ich sein. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ach doch, da sehe ich dich. Viel Spaß. Ich bin dein linker Schuh. Du merkst es nur nicht. Und was ist, wenn ich aber nur so einen Daumen trage? Ähm, dann weiß ich auch nicht. Oder deinen Daumen gelegen. Das Spiel ist super. Höchste Konzentration, Totenstille. Aber ich sehe auch deinen Namen immer nicht. Auch vorhin, wo du hier diesen Lampenschirm... Ja, manchmal, manchmal geht es und manchmal irgendwie nicht. Ich raff das auch noch nicht so ganz. Ich glaube, dass das eigentlich nicht angezeigt werden sollte und es backt einfach ein bisschen rum. Autsch. Oh, hast Ski gelegt. So, ich muss ja in drei Sekunden loslaufen. Oh. Oh. Das wird... Spannend. Aber du siehst mich die ganze Zeit, oder? Ich sehe dich. Wie du Sachen runterwirfst. Gib mir doch mal einen Tipp. Einen Tipp. Ja, was wirst du oder so? Einen Tipp. Einen Tipp. Ähm. Ähm. Ist eine harte Nuss. Oh, ich muss mich auch bewegen jetzt. Oh, das ist jetzt schon eine harte Nuss. Nee, eigentlich nicht. Ich bin zerbrechlich. Oh. Ich könnte eigentlich meine Gestalt auch mal wechseln. Das wäre eigentlich auch ganz lustig. Ich weiß noch nicht, in was. Nehme ich mal das. Ist auch ganz geil. Wo bist du denn jetzt hin? Ich sehe dich gerade gar nicht. Wo warst du denn eben? Im Garten. Ach, da bist du. Gewesen. Hörst du mich nicht laufen? Doch, deswegen bin ich stehen geblieben. Na dann such mich doch. Hol mich. Ja. Du lässt mir die Richtung warten. Die Richtung? Okay, warte. Ich helfe dir. Hörst du mich nicht? Sehe ich dich zum Beispiel nicht? Ach, doch, da warst du. Hörst du mich? Meine Schritte? Nee, gerade nicht. Nicht? Ich sehe dich aber. Ah, jetzt bin ich gestorben, weil ich runtergefallen bin. Scheiße. Ich war da oben drauf, überall. Ich habe dich gesehen, aber ich hätte dich ja nie getroffen und habe dich versucht dann durch mein Unwissen wieder nach unten zu bewegen. Achso. Du bist auch vorher ein paar Mal an mir vorbeigelaufen. Ich war vorher so ein anderer Blumentopf. Ich habe dich erst gesehen, da warst du vor der Treppe und dann bist du da hochgelaufen. Da hast du dich, glaube ich, in diese Flasche verletzt. Letzte Runde, ne? Dann reichst du auch für heute. Jo. Ich will mal sagen, auf geht's. So. Aber warte mal. Ich kacke gerade irgendwie voll die Stimme ab. Ich weiß nicht warum. Wo könnte er sein? Scheiße, seit wann steht denn hier so eine blöde Vase? Oh Mann. Ich denke also, ich würde dich, ich hätte dich. Ich muss ehrlich zugeben, das war jetzt ziemlich knapp. Da verwandelt man sich einmal in so eine Pylone. Ich würde am liebsten mit dem Granatenwerfer da hinschießen, aber das wäre ein bisschen doof. Weil? Weil, dann sterb ich. Wieso stirbst du denn? Du stehst doch da oben. Ja, aber ich sterb dann, weil ich zu viele Dinge getroffen habe. Und ich kriege ja Schaden, wenn du es nicht bist. Geil, ich habe 52 Health. Oh, krass. Ich bin dumm hier geworden, ne? Kann das sein? Ja. Was? Dumm, Nacht. Äh, nö. Also bei mir ist Nacht. Ruhe, jetzt habe ich nur 10 HP verloren, weil ich runtergefallen bin. Wie bei dir ist Nacht, bei mir ist keine Nacht. Wenn ich in den Himmel gucke, ach ne, jetzt ist es nur ein Grafikfehler. Wenn ich nach oben gucke, ist Nacht. Und wenn ich nach oben gucke, ist Tag. Ja, ich bin eine Trätmine. Was, so ein grünes Scheißding hier, oder was? Ja. Na, Wahnsinn. Na, Wahnsinn, na, Wahnsinn. Siehst du mich überhaupt? Öh. Oh, jetzt. Habe ich gerade was gesehen, oder habe ich mir eingebildet? Hallo? Da unten ist er. Ich nehme nur noch das Ding. Das Wumst. Oh, so. Für heute reicht das. Und dann beende ich jetzt auch den Stream. Erstmal gehe ich aber mal an Disconnect, sonst lädt er hier noch weiter. So. Also. Macht's gut. Ich weiß gar nicht, ob noch jemand zuguckt. Tschüss. Jetzt mal gucken gerade noch. Der Pasha guckt noch zu. Er kommt leider zu spät. Das ist jetzt leider schon zu Ende. Ich könnte auch mal ein Pasha. Wow. Okay. Das wird er bestimmt nicht sein. Ja, du. Welt ist klein. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Tschö.